Oh, Krabanzin! Ja, wie finanzieren wir den? Ja, das machen wir! Hallo zusammen, ich bin Marco Heinzer, ich komme an Silke und bin 26. Ich bin Rudi Betscher, ich komme auch an Silke und bin auch 26. Wir kennen uns schon sehr klein. Dieses Jahr waren wir Schweizer Meister und unser Ziel für nächstes Jahr ist, dass wir die ganze WM zusammenfahren müssen. Wenn der MotoGrosse ein kostspieliges Hobby ist, sind wir und unser Team auf unsere Unterstützung angewiesen. Zusammen können wir unser Ziel erreichen. Merci beaucoup! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!